Warte, fang mich! Es geht um ein Mädchen von heute. Es ist jung, eigenwillig und selbstbewusst. Auch im Umgang mit Männern. Ein Mädchen, das nicht nur von der Liebe träumt. Los, ab in die Fabrik. Junior? Der hat doch jetzt was ganz anderes in seinem Kopf. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Hm? Also los, Pippen. Raus mit der Sprache. Junior. Liebe? Los, los! Was tust du hier? Woher wusstest du denn, dass ich heute rauskomme? Du. Dieser Film für Liebhaber und Überliebhaber erzählt die Geschichte von Angela. Und am Abend machen wir beide ein kleines Schachtonier, ja? Die den Sohn des Mannes liebt, der ihretwegen ins Gefängnis kam, weil er sie liebte. Oh, pass auf! Weil sie zu jung und er ihr Chef war. Ganz schön tief. Warum habt ihr das noch nicht repariert? Eines Morgens war sie verschwunden. Sie hat dir in den Koffer genommen. Stell dich so an, du scheinheiliges Luder! Nach seiner Rückkehr muss er erkennen, dass er die Geliebte an seinen Sohn verloren hat. Eine Liebesgeschichte von heute, in der ein Mädchen seine Illusionen eintauschen muss gegen Erkenntnisse darüber, wie Männer heute Mädchen lieben. Was wirst du tun, wenn er zurückkommt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017